Ja, herzlich willkommen zu Max Payne 3 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. In der letzten Folge sind wir ja beide... Oh, hier lag noch Muni. Ich musste diese Kampfeinlage gleich zu Beginn des Spiels nochmal machen. Also als ich hier das Spiel startete. In der letzten Folge haben wir uns ja mit der Freundin von Passo hierher gerettet. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Aber den werden wir sicherlich gleich wieder herausbekommen. Und wir müssen jetzt hier durch. Ja, auf so ein Bumper drücken ist auch total kompliziert, Max. Ah, Eigenlob stinkt. Ganz gewaltig. Mit runter. So, dann machen wir hier durch. Sie schreit da oben schon wieder rum. Da stand doch einer. Oder bin ich... Pläde. Sag ich doch, da stand welche. Der stand die ganze Zeit da. So. Der ist mal für Ruhe und Ordnung gesorgt. Dahinter steht auch noch einer. Einer ist noch. Einer ist noch. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommt eine Granate. Warum habe ich eigentlich sowas nicht? Du, ich sehe deinen Schuh. Mist. Mist. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, du warst der Letzte. Ach, da war noch so ein Ding. Guck mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Max. Max. There is still more up here. Shit. Oh. I can't move on. Max. Look out. There is more of them. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Max. Ich kann gar nicht so schnell drücken, wie ich drücken muss. Ich kann gar nicht so schnell drücken, wie ich drücken muss. Ist noch einer. Der lebt immer noch. Oh, ich habe mich angestellt. Nein, überhaupt nicht. Na, geht doch. Alles gut, Kind. So. Nachladen. Munition sammeln. Äh. So ging laufen. Nach Tabletten schauen. Ich komme jetzt nicht. Pfui. Ich suche Tabletten. Hast du welche? Dann brauche ich nicht suchen. Glaube ich. Äh. Oder so. So. Wo sind denn hier Tabletten? Da hinten vielleicht. Äh. Da liegt was Gold. Da liegt was Goldnes. F. Äh. Goldene Super 90. Ja, ich habe hier was gefunden. Das war wichtig. Hier kann ich nicht hoch, weil da ist das Gitter. Hier ist ein kleiner Raum. Da gibt es bestimmt Tabletten. Äh. Ja. Was ist die Ausbeute eines verzweifelten Mannes? Sag mal, Kind, wo bist du überhaupt? Wo hast du die Treppe? Was hast du da? Achso, ich komme, soll da hoch. Das auch noch. Ich komme. Nach oben, meine ich. Komm, lass uns die Hölle weg von hier. Geh mal. Es ist okay. Ich bin gleich bei dir. Äh. Ich gucke hier nochmal schnell. Ob. Was schön. Fernsehen. Ja. Was ist das denn? Äh. Oh. Captain Baseball. Bad Boy. Bad Boy. Das ist interessant. Ja. Da bin ich. Ja, ich komme hier schon. Mann, wie nervt. Huch. Frauen. Vier. Für die große. Wumme. Ist hier noch was? Nein. Ich bin ja... Was? Wer ist da? Was? Willst du um? Okay. Die sind hier unten. Dafür, dass er nicht hinguckt, trifft er ziemlich gut. Findet ihr nicht? Das war noch nicht der letzte. Doch. Bleib unten. Wozu? Warum gehst du als erstes? Ja, wenn ich das nicht tut, tun die anderen das mit uns. Und es wurde progresiv worse. Mein Glück war richtig zu formen. Oder eher, ich war richtig zu formen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wir werden hier von Leuten beschossen und dann fragt sie, warum schießen sie auf die anderen, die auf uns schießen? Ja, ich höre auf, aber trotzdem. Das ist doch... Das ist ein bisschen übertrieben. Du blutest. Das ist nicht gruselig. Ich muss Waffen sammeln. Das ist mein Job. Äh, Munition meine ich. Und Tabletten. Wir können mit dem Bus fahren. Oh. Ich bin ja gleich da. Hier lang? Habe ich nachgeladen. 73 habe ich noch. Vorsichtig, Max. Da haben wir schon wieder ein paar Treffer eingesteckt. Naja. Ich weiß. Wer drinnen ist sicher? Das ist zu. Mach's wie bei Bioshock. Schick die Kleine rein. Sie macht dann die Tür auf. Komm. Na. Mach die Tür auf. Ich hätte gerne noch nach da. Da war eine Sprechuhe. So. Fünf haben wir. Das ist gut. Aber mehr ist hier auch nicht, ne? Vier. Wir klettern mal langsam hoch. Und schauen uns mal hier um. Da ist einer. Attacke? Was für eine Kontrolle? Oh. Wo kommen die alle auf einmal her? Schieß doch nicht. Ich habe doch nur auf den Pizzakarton geschossen. So gut war die Pizza nicht. Pass auf. Immer wenn ich nachlade, kommt einer. Ne. Doch. Da sage ich doch. Oh. Nicht gut. Ist er weg? Ja. Besser ist das für dich. Kommen die her? Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist draußen. Brauche ich mal. Nicht. 20 Schuss. Guck ruhig wieder vor. Guck doch. Na, guck. Komm, Fifi. Komm. Ja, ich habe eine Knarre. Oh. Ach, das war der letzte. Gut. Vier. Ah, die ist schon aufgeladen. Tabletten. Die können mir den Hintern retten. Oder sowas. Reingefallen. Na gut, hier waren welche. Hey. Nicht da runter. Mensch, da habe ich noch nicht geguckt. Ich bin nur noch am suchen. Aber hier ist nichts weiter. Guck mal hier runter. Hier sieht das gut aus. Hier. Was? Das weißt du doch nicht. Du weißt das, ne? Ah, ja, ja, ja. Wir gehen mal mit Waffe im Anschlag. Hier ist bestimmt noch einer. Ne, hier ist was anderes. Noch Pillen? Nein. Da müssen bestimmt hier was machen. Sicherheitstür öffnen. Die geht auch... Ist das eine blöde Kuh. Ich sehe gar nichts. Ich schieße einfach. Mann, Mädchen. Guck mal, die zweihändige... So viele. Mann, ist das ein riesen Busbahnhub. Ach, sie soll jetzt den Bus fahren? Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Mach bitte die Tür zu. Du siehst, dass es nicht so gut geht. Und dann gehen. Wenn du siehst. Schnell dich. Du kannst das machen. Bist du schon? Bist du? Bist du? Oh. Gut, das hat funktioniert Das sind, ah, da Äh, er Oh, pass auf, pass auf, pass auf Max hängt noch draußen Ja, ich folg grad auf ihn Max Ich hab einfach geschossen Oh Oh, jetzt ein Hubschrauber Ach, das ist Passus Das war ein anderer Bus Und jetzt sind wir Wo gelandet? Brustschuss Ach, das war bloß ein Pickel, den er ausgedrückt hat Oder so Ja, das stimmt, sie fährt mit dem Henker Aber es hat geholfen Ich hab kein Fahnenkreuz Da kommt noch mehr Die Waffe ist alle Scheiße Nee, doch nicht Hä? Warum hat die ja nicht weitergeschossen? Das Fahnenkreuz kommt immer ein bisschen später Also ich kann wo immer ungefähr in die Richtung halten Aber es hat wohl funktioniert Na ja Oh Der Bus ist kugelsicher Und jetzt? Na toll Oh, wo kommt er her? Oh Einfach da mal quer rüber Ich kann nicht glauben Dieser Basterd hat mich einfach weggeflogen Nachdem alles, was wir durchgeführt haben Ich habe seine Frau's Leben saved Oh Raul Passos? Ja, Raul Passos Ja, ich weiß Ich dachte, dass ihr alle sehr nah waren Wir waren Well, du weißt, ich habe einen Hintergrundscheck Jesus Ich meine, ich dachte, die zwei von euch gearbeitet für Rodrigo Branco Ja, so 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 Did you get paid by Victor? Victor? No Well, Raul Passos Did Six times Dating back to a few months Before you turned up Uh-huh He even paid for a ticket for him to go to New York Why? I don't know My guess is to meet you But why? I don't know Maybe he liked you Maybe he thought you needed a break That's funny I don't know Maybe he wanted some dumb gringo To come down here To shoot things up And maybe to take the watch for Rodrigo When he got shot I don't believe that Why? Because you're not a dumb gringo Or because you are You know, I have no fucking clue anymore Interessant Ich weiß gar nicht mehr, was Raul für eine Rolle spielte Let me ask you something What? But what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive As to think you were just down there Guarding a woman I didn't know what to say I had been so loaded in Panama I could scarcely remember my own name I know things that got real heavy Oh, boy, yeah Kapitel 11 Sonnenöl Abgestandene Margaritas Und Bastidas Lux Panama So schnell kann ich nicht lesen Na, ich bin mal gespannt, ob das sauber durchgeht Ich hab noch keine Folge hochgeladen Ja, ich bin ruhig Oh, da lebt der Marcello noch Marcello Marcello Die Arme Also das ist wieder eine klassische Rückblende Wie man an der Frisur, die nicht vorhanden im Bad sieht Das ist doch keine Hausmusik Das ist Hausmusik Ja, den hast du schon passt, glaube ich I hope you're not drinking on the job, gentlemen Haha, kidding, I hope you are Just stay off the air, yo I don't have enough to share I'm kidding again Oh, Mikey Even though we just met I feel like we are good friends, you know I feel like safe with you guys No, that's real safe Yeah, that's great Yeah, and I love New York Uh, the East Hamptons, do you know it? Uh, not really I spent my honeymoon in Montauk Oh, where's that? It's just down the road Whatever Last time I was there I got so wasted I nearly shit myself I didn't know you were married Yeah, well, my wife passed away Good Not good, bad Real bad But good, because now I can get you laid A lot It is great to be single, hey I love a woman She's with another And she doesn't want to know it Fuck her I mean, could you believe that shit? Okay Excuse me I'm going to, uh, go to speak to Felipe Felipe You crazy crackhead Lay off the yellow, hey Passos Walk with me Yeah What's the deal with this guy, hey? He's kind of Stuck up He's a good guy Yeah, sure Ta bon, ta bon But I'll have him smile a bit more, you know Cause life Life is good Where's the truck? It's coming Passos I gotta go lay down Okay Oh, ich glaube Max ist wieder mal blau Blauer als alle anderen zusammen hier Ja, heb das Bein Und heb das andere Bein Wollte ich sagen Oh, dem geht's gut Nimm die richtige Tür Und rein mit dir Mach noch vor Die Tür ist schön zu Ja Bisschen, äh, runtergekommen so Beschädigungstechnisch Wenn ich mir so das Furnier anschaue Ja, leg dich mal hin 17 Uhr 28 Aha Jetzt weiß ich wenigstens wie spät es ist Null Uhr Hat aber gut geschlafen denn Über sechs Stunden Das muss reichen, Max Was? Uno momento? No Na, was gibt's denn da zu sehen? Huch Ach, solche Kann noch nichts machen Jetzt könnte ich was machen Nachladen Die ist gut Kurze Pause Bis morgen Tschüss 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 Vielen Dank.